Wir verstehen uns auf Holz. Holzhandel Stelter in Leipzig. Wir produzieren und vermarkten Kamin- und Brennholz, sägen Nutzholz und stellen Bretter und Balken als Bauholz her. Auch der Schnitt von Harthölzern zu Balken und Brettern ist für uns kein Problem. Wir freuen uns über Ihren Anruf und beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um Holz. Untertitelung des ZDF, 2020